Abhängiges Entstehen und Meditation von Tilman Lündrup Ursula erzählte, dass der berühmte Chan-Meister Sheng Yen aus Taiwan das abhängige Entstehen für seine wichtigste Unterweisung hielt. Auch viele tibetische Meister betrachten sie als die zentrale Lehre des Buddhas. Und so möchte ich mich heute dieser Lehre widmen. In der Mahayana-Tradition ist sie das Thema des Reissprößling-Sutras, Shadistamba-Sutra. Dort zeigt der Buddha auf eine Reispflanze und sagt zu seinen Schülern Mönche, wer diesen Reissprößling versteht, der versteht abhängiges Entstehen. Wer das abhängige Entstehen versteht, der versteht den Dharma. Wer den Dharma versteht, der versteht Buddhaschaft. Mönche, weil dies vorhanden ist, kommt jenes hervor. Weil dieses entstanden ist, entsteht jenes. Dann erklärt er in einer Kette aufeinander aufbauende Ursachen und Wirkungen, die zur Verstrickung und Leid und allgemein zur Wiedergeburt in Samsara führen, sowie das Auflösen dieser Kette in umgekehrter Reihenfolge, das zur Befreiung von Leid ins Erwachen und ins Nirvana führt. Hierbei gibt es zwei Unterweisungen zum abhängigen Entstehen im Marjana-Buddhismus in Hinblick auf Ursachen und in Hinblick auf Bedingungen. Interdependenz – Abhängiges Entstehen in Hinblick auf Bedingungen Nichts entsteht unabhängig von Bedingungen. Die fünf äußeren Elemente, das sind traditionell Erde, Festigkeit, Wasser, Kohäsion, Feuer, Temperatur, Wind, Bewegung und Raum, verbinden sich mit dem sechsten Element Bewusstsein immer wieder neu, was zu den äußeren Objekten und ihrem Erleben führt. Die unaufhörlich wechselnden Bedingungen beim Zusammenkommen der physikalischen, chemischen und biologischen Naturkräfte, die im asiatischen Kulturkreis Elemente genannt werden, mit mentalen, psychischen, kulturellen und gesellschaftlichen Kräften bedingen unser wechselndes Erleben und die sich unaufhörlich wandelnde Welt. Diese Lehre des abhängigen Entstehens aufgrund von Bedingungen wird zutreffend als Interdependenz bezeichnet, also als wechselseitige Abhängigkeit, weil sich alles gegenseitig bedingt. Nichts bleibt ohne Einfluss auf das Andere. Alles entsteht und wandelt sich in Abhängigkeit von diesen sich wandelnden Bedingungen. Solange zum Beispiel die Bedingungen für diesen Tisch konstant bleiben, bleibt er als solcher bestehen. Doch sobald andere Kräfte auf ihn einwirken, Wasser oder Feuer, oder wir ihn fallen lassen, an ihm kratzen oder sägen, dann verändert sich dieser Tisch, weil die Bedingungen sich verändern. Er hat eine relative Stabilität, solange die Bedingungen ausreichend stabil sind. Doch nie sind die Bedingungen vollkommen stabil, und genau das bedingt Wandel. Selbst wenn der Tisch gut gepflegt wird, sieht er in zehn Jahren doch etwas anders aus als jetzt. Doch ich möchte jetzt nicht ausführlicher über Interdependenz sprechen, denn es ist leicht zu verstehen, dass sich alles, was wir denken und erleben, alles, was wir berühren, sehen, hören, riechen und schmecken, unter dem Einfluss von Bedingungen wandelt. Wie es zu Leid kommt, Abhängiges Entstehen im Hinblick auf Ursachen Der Buddha erklärt im Reissprösslingssutra den sich immerfort wiederholenden Zyklus der Ursache-Wirkungskette, die zu Leid führt. Und wir setzen mit unserer Meditationspraxis an den entscheidenden Stellen dieser Kette an, um die Glieder zu entkoppeln und in die Freiheit zu finden. Das Buddha als Beschreibung der Ursachen von Leid beginnt mit mangelndem Gewahrsein als erstem Glied. Wir sind der Natur des Seins nicht gewahr und halten für wirklich, was nicht wirklich ist. Auch jetzt sind wir nicht voll gewahr, denn verschleiernde Muster sind aktiv. Mangelndes Gewahrsein bewirkt, dass die geistigen Prozesse von Kräften gestaltet werden, die Ausdruck dieses unvollständigen Verstehens der Natur des Seins sind. Diese durch mangelndes Gewahrsein bedingten Gestaltungskräfte, Glied 2 in der Kette, beeinflussen den geistigen Rahmen, in dem sich unser Erleben abspielt. Die Gestaltungskräfte beeinflussen, wie wir Erlebtes interpretieren und wie wir darauf in unserer begrenzten Schau reagieren. Dies wird dualistisches Bewusstsein genannt, Glied 3 in der Kette. Es ist ein Bewusstsein, das in Ich und Anderes unterscheidet und, geprägt von den Mustern des Anhaftens, Ablehnens und Nichtwissenwollens, die Welt erlebt. Das dualistische Bewusstsein ist die Summe aller Gestaltungskräfte, die aufgrund von mangelndem Gewahrsein in uns wirken. Aufgrund dieses dualistischen Bewusstseins kommt es zwangsläufig zur Identifikation mit dem eigenen Erleben, Name und Form genannt, Glied 4 in der Kette. Form oder besser Formen steht hier für die Identifikation mit den über die körperlichen Organe erfahrenen Sinneswahrnehmungen wie Spüren, Sehen, Hören, während Name für die Identifikation mit den daran gekoppelten Empfindungen, Unterscheidungen, Gestaltungen und Bewusstseinszuständen steht. Zusammen sind dies die fünf Aggregate oder Daseinsgruppen, die wir in der westlichen Kultur Körper und Geist nennen und mit denen wir uns identifizieren. Die Identifikation mit Körper und Geist oder besser gesagt mit Formen und Namen hat zur Folge, dass wir uns auch mit den Sinnesquellen identifizieren, Glied 5 in der Kette. Wir sprechen von meinen Augen, meiner Nase, meinen Ohren, meiner Zunge, meinem Körper, meinem Geist und sagen, ich sehe, ich rieche, ich höre, ich schmecke, ich fühle, ich denke, ich erlebe. In diesen durch Identifikation vereinnahmten Sinnesquellen kommt es zu Kontakt, Glied 6 in der Kette. Durch Kontakt entstehen Erfahrungen. Kontakt beschreibt hier das Zusammentreffen eines Sinnesreizes mit dem Sinnesorgan, dem entsprechenden Sinnesbewusstsein. Wenn wir in Hörbereitschaft sind, entsteht Kontakt mit akustischen Reizen, wie dem Ton der Klangschale hier. Klänge sind Erfahrungen von akustischem Sinneskontakt und Gleiches gilt für die anderen Sinne. Weil der Sinneskontakt von Identifikation, sprich mangelndem Gewahrsein begleitet ist, wird die Wahrnehmung eingefärbt mit Gefühlstönungen oder Empfindungen, Glied 7 in der Kette. Es wird als angenehm empfunden, was mir gefällt und als unangenehm, was mir nicht gefällt und als neutral oder irrelevant, was für mich keine besondere Bedeutung hat. Es kann sein, dass wir den Klang der Klangschale als angenehm empfunden haben. Wie aber wäre es gewesen, wenn ich sie mit der Holzseite des Klöppels angeschlagen hätte, sodass der erzeugte Klang schrill und durchdringend gewesen wäre? Vermutlich hätten wir das als unangenehm empfunden. Es ist keineswegs festgelegt, wie wir bestimmte Sinnesreize erleben. Es hängt stets von unserer persönlichen Vorliebe und unserer situationsbedenkten Einschätzung ab. Aufgrund dieser Einschätzung mit korrespondierender Gefühlstönung entsteht Verlangen, auch Durst genannt, Glied 8 in der Kette. Verlangen beinhaltet das Haben-Wollen wie auch das Nicht-Haben-Wollen als quasi-automatische Reaktionen auf angenehme und unangenehme Empfindungen. Wenn das Bewusstsein angenehme oder unangenehme Empfindungen mit Verlangen erlebt, dann möchte es mehr vom Angenehmen und weniger vom Unangenehmen. Dieses Verlangen führt zum Ergreifen, Glied 9 in der Kette. Im Kontakt mit einem begehrenswerten Objekt kommt es zu einer angenehmen Gefühlstönung und das Verlangen nach diesem Objekt entsteht, was zu einem mentalen Ergreifen führt. Das wahrgenommene Objekt wird fixiert. Diese Fixierung findet bei Angenehmem wie bei Unangenehmem statt. Wir fixieren gleichermaßen die Auslöser von Ärger wie von lustvollen Erfahrungen. Es sind nur andere Inhalte. Das auf Verlangen beruhende Ergreifen von Angenehmem wie Unangenehmem schafft Muster, die das weitere Leben und Werden bestimmten. Diese Werdekräfte, Glyzen in der Kette, gestalten die Zukunft und führen zusammengenommen zur nächsten Existenz. Im Tod, wenn sich der Geist vom Körper löst, bestimmen diese Muster des Wollens und Nicht-Wollens den weiteren Prozess. Dieses Werden vollzieht sich auch gerade jetzt. Aufgrund dessen, was wir jetzt gerade verstehen, annehmen, ablehnen und so weiter, gestaltet sich gerade unser weiteres Werden. Die jeden Moment aktiven Geisteskräfte gestalten den Werdeprozess. Sie beeinflussen, was wir als nächstes denken, fühlen und tun. Die Summe dieser Prozesse des Werdens ist existenzbestimmend. Sie bewirken die Geburt des nächsten Erlebens. Geburt als das elfte Glied in der Kette. Das heißt, die Kräfte, die jetzt in unserem Bewusstsein aktiv sind, beeinflussen die nächste Wahrnehmung. Sie gestalten das nächste Erleben oder gar die nächste Existenz. Nach Aussage der Meister tun sich nach dem Tod, beziehungsweise nach jeder so durchlebten Situation, verschiedene Existenzbereiche als Möglichkeiten auf. Sie entsprechen den verschiedenen karmischen Filmen, die sich dem Geistesstrom aufgrund seiner prägenden Muster aufdrängen. Wenn wir sie für wirklich halten und uns auf sie einlassen, werden wir in die entsprechende neue Existenz hineingeboren. Altern und Tod als Glied zwölf in der Kette sind die zwangsläufigen Folgen von Geburt. Alles, was einen Anfang hat, eine Geburt, wird zwangsläufig ein Ende haben, einen Tod. Dazwischen ist es aufgrund des unabdingbaren Wandels dem Altern unterworfen. Nichts bleibt. Diese Beschreibung können wir auf kurze Situationen beziehen oder auf ganze Leben. Geboren werden, altern und sterben sind aufgrund von Identifikation mit Kummer und Schmerz verbunden. Das von Verlangen aufgewühlte Bewusstsein verstrickt sich im Erleben, was zwangsläufig zur Anspannung, unglücklich sein und auch körperlichem Leid führt. Das waren die zwölf Glieder abhängigen Entstehens. Sie werden unter anderem im kostbaren Schmuck der Befreiung von Gampopa dargestellt, im sechzehnten Kapitel zu meditativer Stabilität. Sie dienen den Praktizierenden als Hilfe, um über ein Verstehen dieser Prozesse in tiefe Meditation zu finden. Das Verstehen dieser zwölf Glieder enthüllt den wesentlichen Zusammenhang zwischen mangelndem Gewahrsein und Leid und zeigt, wo wir mit der Praxis ansetzen können. Wie das Verstehen des abhängigen Entstehens befreit Wer diese Zusammenhänge versteht, kann die ansonsten wie automatisch ablaufende Kette unterbrechen und ihre völlige Umkehr bewirken. Erstens, wo kein mangelndes Gewahrsein ist, kommt es nicht mehr zu solchen Gestaltungskräften. Zweitens, und das dualistische Bewusstsein, drittens, wird nicht mehr verstärkt, da die direkte Schau der Natur des Seins erfahren wird. So entsteht keine Identifikation mehr mit viertens, Name und Form, also mit geistigen Prozessen und physischem Erleben. Die Sinnesquellen, fünftens, sind nicht mehr von einem vermeintlichen Ich besetzt. Und wenn sie in Kontakt treten, sechstens, werden die Empfindungen, siebtens, nicht mehr interpretiert im Sinne von, will ich das oder will ich das nicht, sondern mit Weisheit und Gleichmut erfahren. Es kommt nicht mehr, achtens, zu verlangen und ablehnen, mit neuntens, ergreifen und wegstoßen. Deshalb zeigen sich auch nicht die darauf aufbauenden, egozentrierten Prozesse von zehntens Werden und Selbstbestätigung. Dadurch kommt es nicht zu, elftens, erneutem Geborenwerden in eine, das Erleben in Ich und anderes aufspaltende Wahrnehmung, die stets Leid mit sich bringt, weil sie im Konflikt mit der Wirklichkeit ist. Es gibt kein Auflehnen mehr gegen Wandel und zwölftens Altern und Sterben. Und aufgrund des Gewahrseins vollzieht sich das Leben im Einklang mit der Natur des Seins. Wo unsere Meditation in der Kette ansetzt Je mehr wir gewahr sind, desto weniger greifen die alten, leiterzeugenden Mechanismen. Die Glieder in dieser Kette, bei denen wir am ehesten ansetzen können, sind in dem Bereich, wo aufgrund von Kontakt Empfindungen entstehen, auf die wir mit Verlangen und Ergreifen reagieren. In diesem Segment der Zwölferkette kann unsere Meditationspraxis diesen automatisch ablaufenden Prozess am leichtesten unterbrechen. Deshalb gehen wir diese Stelle als allererstes an. Dies tun wir auf mehrere Weisen. Bei den vielen angenehmen und unangenehmen Erfahrungen, die wir durch die sechs Sinne machen, entspannen wir die unmittelbaren Reaktionen, die normalerweise anspringen, und schauen einfach mal, was passiert, wenn wir nicht sofort reagieren. Und wir entdecken, dass sie sich von selbst auflösen. Wir beobachten, wie jedes Mal Anspannung im Geist entsteht, sobald die Impulse des Verlangens und Ergreifens auftauchen, und schenken uns stattdessen Zeiten des Nichthaftens. Nach und nach entdecken wir sogar, dass dieses Nichthaften freudvoll ist, was uns zusätzlich motiviert, uns aus dem Haben und Nichthabenwollen zu befreien. Wir lösen bei den auftauchenden Sinneserfahrungen die Identifikation mit dem erlebenden Subjekt auf, indem wir dort hinschauen, wo wir das vermeintliche Ich vermuten. Gibt es da ein Ich? Einen Wesenskern? Wie entsteht dieses Mittelpunktgefühl? Ist es immer da oder nur manchmal? Ist es stabil oder verändert es sich? So entdecken wir die prozesshafte Natur des Erlebens und machen die Erfahrung eines Erlebens ohne Selbst, das Nicht-Selbst, die nicht fassbare Natur des vermeintlichen Subjektes, auch Leerheit genannt. Zudem schauen wir in die Bedingtheit der Objekte, ihre Vergänglichkeit, den steten Wandel aller Sinneserfahrungen und dadurch lässt das Greifen nach diesen vermeintlich stabilen äußeren Objekten nach. Auch untersuchen wir, ob es tatsächlich eine Trennung zwischen Subjekt und Objekt im Erleben gibt und erfahren das Nicht-Getrennt-Sein, die nicht fassbare Einheit des Erlebens, wodurch kein Greifen nach etwas vermeintlich anderem stattfindet. So üben wir Gewahrsein, immer wieder Gewahrsein und durchschauen die Zusammenhänge, die in der Zwölferkette beschrieben werden, wie Leid entsteht und wie Freiheit erfahren wird. Immer tiefer schauen wir hin. Wenn wir durchdringend erfahren, dass die fünf Aggregate, Formen, Empfindungen, Unterscheidungen, Gestaltungen und Bewusstseinsformen, die Name und Form genannt werden, keinerlei Wesenskern haben und kein konstantes persönliches Selbst ausmachen, dann löst sich die Ich-Illusion auf. Wir entdecken, dass das Ich ein ständiger Prozess untrennbaren Erlebens ist, in dem Subjekt und Objekt nicht als zwei getrennte Größen existieren. Der Glauben an ein stabiles, persönliches Ich lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Diese Einsicht ist so durchdringend, dass sie der Ich-Illusion den Teppich unter den Füßen wegzieht. In Momenten, in denen dieses Gewahrsein zum Vorschein kommt, entsteht kein Verlangen und Ergreifen mehr, womit auch alles andere, Kummer, Klagen, Leid und so weiter, ein Ende hat. Wenn dieses Gewahrsein vorhanden ist, kehrt sich die Zwölferkette um. Es wird nicht mehr Leid, sondern Freiheit erfahren. Das ist das umgekehrte Entstehen in Abhängigkeit von Ursachen in Bezug auf Nirwana. Eine solche Umkehrung kann in einem einzigen Augenblick in voller Kraft erfahren werden. Doch ist sie nicht von Dauer, solange sich die alten Muster nicht vollständig aufgelöst haben. Wenn sich das Gewahrsein vertieft und klarer wird, schwächt sich die Zwölferkette ab. Die Früchte unserer Praxis zeigen sich darin, dass wir weniger gefangen sind in diesem Zyklus des Verlangens und Ergreifens mit resultierendem Leid. Unsere Identifikation wird schwächer, die dualistischen Muster lassen nach, die emotionalen Kettenreaktionen sind weniger heftig und das psychische Leid wird weniger. Wir sind deutlich weniger verstrickt. Zeitweise erleben wir uns vielleicht sogar als frei von Verstrickung. Der Weg geht weiter, bis das Gewahrsein so alldurchdringend und allumfassend ist, dass diese alten Muster, diese ganze Kettenreaktion, gar nicht mehr in Gang gesetzt wird. Dann, so sagt der Buddha, gibt es keine Ursachen des Werdens mehr. Alle Kräfte des Werdens, alle leiderzeugenden Kräfte sind erloschen und die Kräfte der erwachten Qualitäten des Geistes sind aktiv. Diese Unterweisungen zum Abhängigen entstehen ist die Basis der Meditationspraxis in der Mahamudra wie auch der Dzogchen-Tradition. Sie ist die Basis der Chan- und der Zen-Tradition und wird auch, wie Fred mir gerade bestätigt, völlig identisch in der Vipassana-Tradition gelehrt. Auf dieser gemeinsamen Basis bewegen wir uns. Die Methoden, die wir benutzen, um dieses Ergreifen aufzulösen, sind jedoch ein wenig verschieden. Zusammenfassung und Meditation Im ersten Teil der Unterweisung beschreibe ich das Abhängige Entstehen im Hinblick auf Bedingungen. Das ist die Unterweisung in wechselseitiger Abhängigkeit, Interdependenz. Wir untersuchen dabei, wie sich alles gegenseitig bedingt. Das ist wesentlich, um die Leerheit, das Nicht-Selbst aller Phänomene zu verstehen. Wer die wechselseitige Abhängigkeit versteht, begreift, dass nichts aus sich selbst heraus existiert. Und er versteht damit auch Karma. Wir durchschauen, wie Denken, Sprechen und physisches Handeln die Bedingungen verändern und zu neuem Erleben führen. Wir erkennen auch, dass die Summe von Kräften, die wir ich oder selbst nennen, abhängig von Bedingungen das Erleben immer wieder neu gestaltet. Der zweite Teil der Unterweisung beschreibt eine Kette von Ursachen. Ursachen sind etwas anderes als Bedingungen. Eine Ursache führt zwangsläufig zu einer Wirkung, während eine Bedingung eine Situation nur mitgestaltet. Der Buddha wollte diese Unterweisung so verstanden wissen, dass mangelndes Gewahrsein oder Unwissenheit immer zu Leid führt. Es gibt keine Ausnahme. Deswegen wird es Ursache genannt. Immer wenn es zu Verlangen und nach folgendem Ergreifen kommt, folgt Anspannung und Leid. Feines Greifen führt zu feinen Formen von Anspannung und Enge im eigenen Geist. Grobes Ergreifen führt zu gröberen Formen von Leid. Wenn wir die Ursachen umkehren können, wird die neue Ursache, volles Gewahrsein, unweigerlich Befreiung zur Folge haben. Wo Gewahrsein ist, gibt es keine Identifikation. Wo keine Identifikation ist, kommt es zwangsläufig nicht mehr zu einem Ergreifen der Sinneseindrücke, wodurch automatisch Frieden und Freiheit erfahren werden. Das ist die umgekehrte Ursache-Wirkungskette. Auch hierdurch verstehen wir Karma. Es entsteht dort, wo Verlangen und Ergreifen zu den Kräften des Wertens führen und wo aufgrund von mangelndem Gewahrsein karmische Gestaltungskräfte in uns aktiv sind, die eine bestimmte Sicht der Wirklichkeit auslösen, die dann wieder die Identifikation unterstützt. Dies sind also zwei zentrale Unterweisungen der buddhistischen Lehre, die den Hintergrund für alle Meditationsanleitungen bilden. Ich bitte Euch beim Meditieren, diesen Satz mit den Unterweisungen zu den zwölf Gliedern abhängigen Entstehens in Verbindung zu bringen. Gedanken sind eine Erfahrung von Kontakt im sechsten Sinnesfeld, dem Bewusstsein oder Geist. Sie sind geistige Bewegungen, die von dem, mit einem Ich identifizierten Bewusstsein wahrgenommen werden, dass sie ihn angenehm, unangenehm und irrelevant unterscheidet. Wenn in unserem Geist das Verlangen entsteht, frei von bestimmten Gedanken oder frei von allen Gedanken zu sein, dann führt das zu Anspannung und Leid, weil es zu einem Fixieren mit Verlangen und Ergreifen gekommen ist. Deswegen meditieren wir so, dass sich diese Form des Verlangens und Greifens auflöst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017